Jeder Fan gestern im Stadion dachte, als Ronaldo endlich wieder traf, jetzt wird er das mit einem riesigen Sö feiern, aber das tat er nicht. Sondern er machte einen Jubel zusammen mit Anthony, wo die beiden einfach, ja wie soll ich sagen, ganz entspannt die Augen schlossen und die Hände auf die Brust legten. Es war fast so eine meditative Geste, vielleicht auch sowas, Gott sei Dank, endlich, endlich ist es wieder soweit, endlich treffe ich wieder. Also ein ganz ruhiger Jubel, fast schon wie gesagt meditativ von Ronaldo, der einfach nur die Augen schloss und sagte, danke Gott, endlich habe ich wieder getroffen, ich habe es nicht verlernt, ich kann noch Tore schießen. Hoffen wir, liebe Freunde, dass es nur der Anfang ist. Marcel hat sich verletzt, hat Rückenprobleme gehabt, soweit ich weiß. Er hat immer wieder Verletzungen, immer wieder damit zu kämpfen, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass Ronaldo seine Chancen bekommen wird. Er wird sie bekommen wahrscheinlich schon wieder nächsten Donnerstag, wenn es wieder gegen Nicosia geht, hat er die Chance wahrscheinlich wieder in der Startelf zu stehen und hoffentlich wieder zu treffen. Jetzt könnte er quasi, wie soll ich sagen, jetzt könnte er wieder loslegen mit dem Tore schießen, es kommen viele gute Spiele, wo er viele Chancen kriegen wird und ich hoffe persönlich, dass er sich wieder zurückballert. Ja, eure Meinung in die Kommentare, was sagt ihr zum neuen Jubel, solltet ihr ihn öfter machen oder lieber wieder das alte Sö? Und bin gespannt, was ihr sagt, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.